Ich habe mich zu jedem Punkt, zu jedem Zeitpunkt nicht nur reglementskonform, sondern auch korrekt verhalten und meine Handlungen vor den zuständigen Gremien vollständig offengelegt. Um es in aller Deutlichkeit zu sagen, ich bin mir keiner rechtlichen Verfehlung bewusst. Ich verstehe aber, dass die Öffentlichkeit auch die moralische Frage stellt. Ich will Ihnen auch nicht verhehlen, dass die Angriffe auf meine Person einen Punkt erreicht haben, wo ich mich mit aller Kraft zur Wehr setzen muss. Was bedeutet das letztes Jahr? Wie viel Geld ist? Ich denke, dass die Kredibilität der Nationalbank nicht mehr gut ist. Ich denke, dass Herr Hildebrand eine Person sollte resign after this story. Es war nicht seine Worte, wie andere newspapers und die Nationalbank gesagt haben. Es war er selbst, die diese Spekulation gemacht haben. Vielen Dank.